Wir sind um 6 Uhr, das ist das Frühlingsfest der Zürcherinnen und Zürcher. Und der Ritaler Manuel Rotmund kennt das natürlich nicht und darum zeige ich ihm das heute mal. Und als erstes habe ich ihn gerade frisch eingekleidet. Gut siehst du aus, Manu? Danke. Und, wie gefällt es dir da? Also, ich habe mir das ein wenig grösser vorgestellt. Schon ganz der Zürcher. Am Punkt 6 wird der Schneemann, genannt Bööck, auf dem Scheiterhaufen angezündet. Je kürzer es dauert, bis der Kopf explodiert, desto schöner wird es. Du sollst schon der Letzte sein, der an das glaubt, oder? Bin ich auch. Böse Zungen sagen ja, der Bööck sei präziser als du. Gut, das sind aber ganz böse Zungen, aber das überrascht mich bei dir nicht weiter. Mitten dabei sind auch viele Prominente, die als Gäste der Zäuftung mitlaufen. Berthe Seglis ist bei uns, du hast ja mal einen grossen Sexe-Leute-Hit geschrieben. Mein Herz es blendt, wenn ich dich seh. Du siehst ja, wir haben jetzt ein Geländer, das haben wir mal nicht gehabt. Und dann ist der Bundesrat Blocher da gewesen. Und ich habe ihn verabschiedet und plötzlich sehe ich ihn nicht mehr neben mir. Das Jahr wieder Letziger. Oh yes, es geht in mir, jetzt geht der Blocher ab dem Podest. Drei Sekunden später höre ich so ein Lachen unten unter dem Podest. Und er sagt, habt ihr jetzt früh gefreut, dem Blocher lebt's? Jetzt hat es ihn verklopft, oder? Und das heisst jetzt, oder wie lange ist es gegangen? Zehn Minuten, gib einen guten Sommer. Und an das glaubst du jetzt? Nachdem der Böke explodiert ist, machen sich Zeufter unterwegs in die Innenstadt, um zu Nacht zu essen und besuchen sich nachher gegenseitig. Da kann man allerdings nur dabei sein, wenn man in einer Zunft ist. Und genau dort versuchen wir Manuel Rotmund jetzt unterzubringen. Die Stadtpräsidentin Corinne Mauch. Wir versuchen Manuel Rotmund in unserer wunderschönen Stadt Zürich zu integrieren. Haben Sie Tipps für ihn? Es ist ein wenig schwierig für mich, Tipps zu geben, weil die Frauen haben ja selber recht Mühe, irgendwie reinzukommen in die Zünfte. Also gut, einerseits müsstest du irgendetwas mit Wiedecken zu tun haben. Bist du ja durchgefahren? Okay, das ist ein wenig knapp genügend. Also der Dialekt ist eher ein wenig Ostschweizer, oder? Ja. Ja. Der ist hoffnungslos. Wir haben es gesagt, ich habe so einen schlimmen Dialekt. Vielleicht kannst du mir ja ein paar Tipps geben. Ja gut, ich glaube, da bin ich die Letzte, die ich hier habe. Wirklich dranbleiben. Okay. Also mal auf einen Zunft zu gehen und einfach hartnäckig sein, bis sie mich müssen. Ich würde sagen, am besten dort, wo sie jemanden kennen, wo sie sympathisch finden. Das wird schwierig. Und dann auf dem Weg. Mein Ziel ist, heute noch irgendwo in einen Zunft zu kommen. Schaffe ich das? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also bei uns ist es ein wenig schwierig. Du hast ein wenig Falschen an, muss man sagen. Es geht sowieso nicht mehr. Es könnte heute schwierig werden. Welche Zunft würde dann am ehesten passen? Zirkus Muck. Manu, hast du kein Zuhause gefunden? Niemand wollte. Kein einziger Zunft wollte. Kein einziger. Aber hast du jetzt wenigstens den Sinn von diesen sechs Menschen verstanden? Also, ich finde es ist ein wenig wie Bachelorette. Männer, die Rosen sammeln, dumm angelegt sind. Und am Schluss geht es eher nur ums Reiten, bis einer explodiert. SRF 3 3 3. SRF 3 3 3 3 3.